Willkommen zurück zu Let's Play Ip. Diesmal ist Regina als Gast dabei. Hallo. Hi. So, ich bin halt hier stehen geblieben, hab seine Jacke aufgesammelt. Hast du die Jacke noch? Ich suche mich nicht. Okay, dann reden wir. Oh my god, thanks Ip. Ja, gern den im Hangzug geben. Okay, wir haben ne Wasen. Wir können nichts mit den Funpictures. It's filled with tons of drawings. Schön. Du stehst davor, ich kann nichts angucken. Ist immer noch untitled. Okay. Wusstest du auch schon, dass wenn man irgendwie, sagen wir mal, ne falsche Antwort abgibt, dass man dann ein ganz anderes Ending bekommt? Nö, das wusste ich nicht. Aber ich werd nicht alle machen. Ähm. Wir sind eindeutig sehr viele und ich hab das mal mit einer Freundin versucht und wir haben alle versagt. Wir haben immer nur das gleiche bekommen. Oh. Seitdem haben wir das auch nicht mehr gespielt, weil wir so drauf waren. Mal sehen, ob ich dasselbe bekomme wie du und deine Freunde. Okay, wir gehen wieder raus. Ich frag mich, wo wir jetzt sind. Ach, nur ein bisschen weiter. Guckt ihr mich an? Nö. Schade. Gehen wir weiter runter. Ach, das ist ja jetzt gleich lustig. Uh, lila statt rot-grün oder so weiter. Wieso konnte ich mich eben nicht bewegen? Wo ist die Leute? Natürlich gucken wir rein und dann ist hinter uns was und killt uns. Was? Wir sehen gar nichts. Nö. Okay, ich mach immer alles doppelt und dreifach. Hm, roter Pfeil. Das wird witzig. The exit is blocked. Oh, war so klar. Red Button. Äh, lass mich warten, wenn ich ihn drücke, dann bewegt sich die rote Figur. Ich sag nix. Ich hab's gewusst. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Okay. Green Button. Boah, toll. Müssen wir an den blauen hin, oder was? Ja. Das ist das Wiese. Sollte man das wissen? Ich hätte nicht den roten drücken sollen. Äh, toll. Jetzt... Wüsst ihr eigentlich selbst wissen, was ich alles verklickt habe? Komm her. Oh, komm her. So. Blooper. Das nicht durch, verdammt. Dann nicht. Bim, 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 bim. War so klar. Okay, jetzt wissen wir's besser. Ähm... Okay, ich dachte grad, weil wir alleine waren. Okay, dann geht bald wieder weit. Ich will jetzt mal gucken, ob ich auch wieder stehen bleibe, ob's so gewollt war. Das ist eigentlich, glaub ich, immer so. Jo. Da klopft jemand. Okay. Ja, kennen wir schon. Hallo. Was passiert, wenn wir jetzt... Jetzt ist da hinten die Tür auf. Und jetzt ist auch letztes Punkt. Nützt mir nichts, wenn ich gefangen bin. Ähm... Ich mag solche Sachen nicht. Gefangen sein. Ich glaub, die gelbe Puppe mag dich einfach nur nicht. Oder sie... Nein, oder umgekehrt. Sie mag mich einfach zu sehr. Oh Gott. Jetzt bleiben wir hier wieder stehen. Okay, wenn ich noch einmal fähle, dann ist das die Sache, wo ich am meisten Game Over gegangen bin. Äh, wo geht die Tür auf? Hier? Ungefähr, ja. Okay. Entweder war's dir, oder ein weiter nach links. Hi. Ah, da. Gut. Du, beweg dich. Zwar nicht immer nur in eine Richtung. Komm zu mir. Wenigstens verreckig. Gut, jetzt ist die Puppe da hinten hin. By the way, da muss man ja nicht durch. Nicht unbedingt. Hab's trotzdem gemacht. Milchpuzzle. Have you read the mil... äh... Read, genau. Have you heard of the milk puzzles? Äh, nö. Vielleicht muss man auch alles machen, um ein anderes Ende zu bekommen. Das heißt, da vielleicht auch reingehen und so weiter. Ich weiß, das sind viermal eins versucht. Da muss man auch zum Beispiel, wenn Gary manchmal fragt, wie geht es dir? Gut, schlecht, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Wenn man dieses Pünktchen dann nimmt, dann kommt immer irgendein schlechteres Ende raus. Cool. Well, as the name implies, it's a puzzle, where all other pieces are white like milk. Since there's no picture on them, they are much harder than regular puzzles. Ach was, weiß hier, weiß da, irgendwann ist es fertig. Very smart people can finish them in no time at all, but... To be honest, they are not exciting. Since they don't even make a picture in the end. It feels much more worth it to do a puzzle of a picture you like. Okay. By him. Fleeting thoughts on the moonlight night. Ich mag es, wie sich die Bilder bewegen. Besonders das Blaue, was mich ein paar Mal aufgefressen hat. Okay. Okay. Sheesh, the statue. It's blocking the way. Die hat doch eben geklopft, oder? Das kann gut sein. Die stand vor einem Weg, als du dort durchgeschaut hast. Ja. Eric called Hanks. Natürlich. Hm? Hm. Guck mal an den Spiegel. Ja, kommt da gleich hinten wieder was? Ne? Ach man. Vorhin war das so schön. Geschlossen. Wir brauchen Schlüsse. Wir haben da dran gezogen. Uh, Blut! Äh, nicht Blut. Diesmal keine Pisse. There's some text on the wall. What is the title of the large floor painting in Goethe's Exhibition? Ah, could it be the password? The big fish painting, right? Did you see it, Ip? But what was it? I think it was something of the deep. It was just one word. Ip, can you remember it? Hey, Moment mal, das ist fies. Das Wort war bei mir ein Fragezeichen, oder? Ich weiß es nicht. Das Wort war bei mir ein Fragezeichen, sonst würde mir etwas davon bekannt vorkommen. Deep Real Abyss. Nehmen wir mal einfach mal Abyss. Abyss of the Deep, oh. Yes, that was it, Ip. Abyss of the Deep. Did you write a title? Okay, let's remember that. Abyss of the Deep. Es war ja das Trimede, wo du dann reingesprungen bist, oder reingefallt bist. Ja, ja. Nicht, dass das dann falsch war. Hm. Das müsste richtig sein. Sicher? Ja, jetzt schon. Das habe ich nur so vom Gefühl her, äh, gesagt. Nichts Neues. Ich spreche ja immer gerne, wenn ich am Sprecherpunkt, äh, so, kein Schlüssel. Oh, jetzt was am Spiegel. Immer noch zu. Hm. Hm. Gehen wir in das Passwort ein. Hm. Könnte man eigentlich auch was anderes eingeben und das wäre auch richtig? Ich glaube nicht, der würde dann sagen sowas von wegen. Hm, ich glaube es war doch nicht das. Und würde dann nochmal überlegen. Fragezeichen bei der Fragezeichen, äh, Fragezeichen mein Finger over the beautiful Fragezeichen. Mein Gott, solche Sätze liebe ich. Ungefähr Fragezeichen schieb, bla bla bla. Garry, close the book. Don't read this kind of stuff until you get older. War so klar. Äh, deswegen so viele Fahrzeuge. Ich glaube das ist ein lustiger Raum. Glaubst du? Glaubst du? Ich mag alle Räume bis jetzt. The woman hier. Bis... Bis auf diese, dieses Labyrinth, da wo diese drei roten Statuen sind. Da hab ich keinen Bock. Like playing, loves me, loves me not. Nichts. Okay, was passiert denn hier? Separation. What an off-putting painting. What, the lights! Okay, was passiert jetzt? It's so dark to see. Wir sterben. Ev, are you there? Ja, ich hier zum Beispiel meinte ich das mit den Punkten. Immer wenn er irgendwas mit Punkten sagt, kommt er vielleicht gleich das Ende. Ich mach mal ironisch. I'm not. What are you saying? Of course you're here. But this is a problem. Ah, that's right. I forgot I have a lighter. Help! No, don't! Irgendwas, stop! Und irgendwas. Huh? Don't kill me. What, what is this? Und don't. Stop, don't. Wow, nice. Er hat es gemacht. Das war's zu gleicher Form. Ach du Scheiße. I don't think this is good for my mental health. Wir werden alle nachher psychisch krank. We will go out and look in the mirror and something will happen. Wow! Blablabla notice to all visitors. There is a strict ban on fire-starting implements in the gallery. We read irgendwas that you please report the use of any matches, lighters or the like. Should the use of such implements be reported to the staff? Mal kurze Frage. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Du siehst zufällig, wie lange wir telefonieren. Wie viele Minuten sind das schon? Wo sehe ich sowas? Skype, wenn du mich da auf mein Dings gehst, steht da eine Minutenzahl beim Telefonat. Da muss ich mal abschätzen, wie spät haben wir es. Wir haben 17, 12. Ich glaube seit ungefähr fünf Minuten. Sieben so. Wow! Sind wir jetzt zu dritt oder was? Das hat bloß die hat diesmal diese ganze Male reingemacht. Hm. Ja. A, B, C. Was ist denn jetzt los? Wir kommen rein, sie rennt uns an. Ich weiß. Oder sie ist gegen dich gerannt. Oder sie ist gegen dich gerannt. Ja, und dann auch. Aber komischerweise, ich gehe rein. Sie rennt auf mich zu, Captain. Ist doch auch so schönes. Punkte. Hm. Sind das wirklich alle Menschen, die hier gefangen sind? Nicht irgendwelche bösen Typen. Ich will ja nichts vorher sagen, als von daher. Ich weiß. Ich denke schon, dass irgendwas noch passiert, aber naja. Warte. Hey, sind Sie... Könntest du einer von den Wizardern zu der Galerie sein? Und schon wieder... Ah. Sind wir schon drei? Ahem. In Anführungsstrichen, drei. I'm Gary, and this girl is it. Punkte. Sie ist stumm, oder? Hm. Wenn sie wirklich stumm ist, dann stimmt was wirklich nicht. Nein, sie ist nicht stumm, sie ist bloß, glaube ich, erschrocken. Ach so. Uhu. Willst du lesen? Nee, ich kann kein Englisch, wirst du super toll lesen. Okay. 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 Und ja. Und so weiter. Ähm. Nice to meet you, Ib. Ähm. Ja. Nice to meet you, Ib. Das Teehee. Und so mach ich nicht nach. Warum nicht? Keine Ahnung, ich kann's nicht. Mein Hals tut weh, ich hab Halsschmerzen immer noch. Ja. All right. Now that we have more company, we can proceed with our spirits high. Yay. Okay, sind wir nun zufried. The force of Querelle. Das geht noch. Oben. Yep, there's a ways. Uh, the other way. Let's visit it, just in case. Ich hab aber volle HP. Oh, muh. Das ist mir klar. Du musst es trotzdem. Ja. Say, seeing as Ib and I both have roses. Mary, do you have a rose as well? Yeah, I do. Ich kann yellow nicht aussprechen. Yellow. Genau. Yellow rose. Ah, it's true. You too keep those rose, eh, keep those safe. Don't you dare lose it. And don't give it to anyone, and... Oh, Ib's rose is red. My rose is yellow. I like yellow, but I also like pink. Oh, and blue. And to listen, would you? Oh, okay. Was für ein Zufall, dass ihr auch blaue Rosen wart. Ja, ja. Äh, ich denke mal, hier kommt jetzt so gesehen in Anführungsstrichen ein Boss oder sowas. Nein. Schade. Warum hat er uns da unten hingeschickt? Which one could it be? Sollen wir jetzt raten? Uh. Flowers of Jealousy. Zwei Türen. Ich geh mal links. Ach, der Raum ist auch witzig. Hasen. Red eyes. The love of this painting, this room. Why must it be so unsettling? Huh? Really? I think it's cute. Hasen. Uh. What about this? It's cute. So, was wolltest du sagen? Hasen mit roten Augen. Yeah, wir springen uns die ganzen Hasen an und fressen sie auf, dann mag sie keine Hasen mehr. Ja. No. I just think it is. What about you? Uh. What about Ib? I wanna pet it. Yeah. Ib. Do you really like this kind of things? I can hardly stummage it. Gary, you're just a Werdu. You're the Werdus. Ugh. Never mind that. Let's investigate this place and get out of it already. I feel like I'm being watched in this room. Talk about un- uh unsettling. Huh. Es wurde dunkler. Rune of Art. If your spirit suffers too much, you will soon start to hallucinate. And in the end you will be destroyed. And more worrying yet. Is that you will not even be conscious of that fact. A rabbit ornament. Oh, there is something together. Oh, there is something together. Schlüssel. Wow. Probably for the room right now. Yeah. And why was the room now so big? Yeah, that we will see in the middle. Oh, okay. I'm excited about that. Wow. The sound comes from the painting. Huh? That sound is getting closer. Oh, yeah. There was something. That's the flowers we have seen. Some things came up from the ground. Back there. This is bad. Get away from the painting. Ip, watch out. Yeah, now we are getting closer. So clear. Are you too alright? Uh, that scared me. Uh, no. Good. But with these things in the way, I can't get over there. Maybe I can cut it down. Wait, what's this? These wines are made of stone. Moment. Stein? Yeah, now it's a stone. It's not a stone. Wow. What to do? Hey, Ip. You got a key in that room, right? Maybe that key opens the door there. We might find something to get rid of these in another room. Should we go look? But be careful. Hmm. Well, I wonder if you'll be okay. We'll be fine, right Ip? Yup. I think so. See, Ip thinks we'll be fine. My, is that so? Well, I guess it's worth a try. But if you don't find anything, make sure you come straight back, okay? Then we'll rethink about what we can do. Yeah, got it. Okay, let's go. Sprechern. Episode 3, schon. Sprechern is always good, eh? Yeah. As long as we're in this game. Yeah. So. I would say we'll end the part first here before we go into it. And I say, until next time, have fun and bye. Peace. 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 Peace.